Noch eine Runde. Gamudi führt. Temu liegt an zweiter Stelle. Keno an dritter und Martinez an vierter. Clark mit Mühe noch an fünfter Stelle, aber er findet nicht das rechte Tempo. Gamudi zieht an. Temu auf der Außenseite. Temu holt auf. Das Rennen entscheidet sich zwischen diesen drei Läufern. Gamudi, Temu und Keno. Gamudi bleibt in Führung. Noch 200 Meter zu laufen. Eine halbe Runde noch. Keno wartet immer noch und blickt zurück. Jetzt versucht er das Tempo zu steigern. Temu lässt ihn auf der Innenseite vorbei. Keno greift auf der Außenbahn Gamudi an. Gamudi hält mit und versucht noch zu spurten. Keno kämpft großartig. Gamudi ebenso. Er hält mit. Was für ein Finale. 50 Meter noch. Gamudi hat es geschafft. Gamudi erhält die Goldmedaille. Keno wird zweiter, Temu dritter.